ASV-Tagesupdate Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Ein Video auf Instagram zeigt eindrucksvoll, wie Noah Katterbach für sein Comeback ackert. Der Linksverteidiger, der sich Ende April im HSV-Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zuzog, ist voll im Plan, macht bei seiner Arbeit mit den Hanteln und Gewichten einen starken Eindruck. Mit dem Comeback von Katterbach, dessen Leihkontrakt beim HSV Ende Juni ausläuft und der dann noch bis 2024 bei seinem Stammverein, dem 1. FC Köln, unter Vertrag steht, war nach Einschätzung der behandelnden Ärzte erst zur Rückrunde der bevorstehenden Saison auf dem Platz zu rechnen. Jetzt könnte die sportliche Rückkehr vielleicht früher klappen. Doch wohin führt es Noah in Zukunft? Der ehemalige U21-Nationalspieler fühlt sich in Hamburg wohl, würde nach eigenem Bekunden gern weiter das HSV-Trikot tragen. Die Zeit spielt für den HSV. Ende der Saison 23-24 wäre Katterbach nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei zu haben. HSV-Trainer Tim Walter ist ein großer Fan des Offensivverteidigers. Walter sagte im Frühjahr, wenn ich mir einen Spieler malen könnte, der im Winter dazukommen würde, dann würde ich Noah nehmen, weil er auch ein ganz toller Charakter ist. Das bringt er alles in die Mannschaft ein. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Sonny Kittel hat seine Zeit beim HSV beendet und möchte idealerweise in die USA oder nach Saudi-Arabien wechseln. Nun zeigt auch ein Zweitliga-Konkurrent, Hannover 96, Interesse an Kittel. Trainer Stefan Leitl, der bereits mit Kittel zusammengearbeitet hat, telefoniert mit ihm und möchte ihn gerne zu Hannover 96 holen. Kittel hat beeindruckende Statistiken mit 36 Toren und 40 Vorlagen in seinen vier Jahren beim HSV. Allerdings neigt er eher zu einem Wechsel ins Ausland. Hannover 96 ist jedoch bereit, ernsthaft um Kittel zu kämpfen und ihm ein Angebot zu machen, das seinem letzten HSV-Jahresgehalt entspricht. Der HSV will Innenverteidiger Saba Satsunov von Dynamo Moskau verpflichten. Das Scouting über ihn gilt als abgeschlossen. Die Verhandlungen sollen sogar bereits fortgeschritten sein. Ein möglicher Transfer dürfte sich aber noch ziehen, da Satsunov derzeit mit Georgien in der U21-EM spielt. Neben einem Innenverteidiger, der wahrscheinlich Saba Satsunov sein wird, will der HSV zudem noch einen Rechtsverteidiger verpflichten. Daniel Elfadli vom 1. FC Magdeburg soll wohl der Jonas Meffert-Backup werden. Die HSV-Anfrage bezüglich. Elfadli soll auch schon Thema in der Magdeburger Kabine sein. Nach Abendblatt-Informationen will Elfadli unbedingt zum HSV wechseln. Noch hat der HSV aber kein offizielles Angebot abgegeben. Magdeburg will mindestens eine Million Euro. Zu viel für den HSV. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.